Hallo, ich bin Yvonne, Mama von zwei Kindern und mit meinem Sohn zehn Monate habe ich mir mal den LifePlus von Knorr Baby näher angeschaut. An dem LifePlus von Knorr Baby gefällt mir besonders gut, dass die Einzelteile sehr leicht sind. Das heißt, wenn ich ihn eben halt im Auto verstauen möchte, kann ich die Einzelteile sehr gut reinheben, ohne dass mir der Rücken weh tut oder ähnliches. Mir gefällt vor allen Dingen auch die Lenkung. Man kann den Kinderwagen sehr gut lenken, egal ob man auf unebener Fläche ist oder auf ebener Fläche, ob da ein Kahnstein kommt. Es ist überhaupt kein Problem und selbst auf, ich sage mal, engstem Raum ist es kein Problem zu wenden. Also der Wendekreis ist so klein. Zum Zubehör des Kinderwagens zählt eine Wickeltasche, ein Cupholder, der Regenschutz und die Beindecke. Mit der Wickeltasche bin ich sehr zufrieden. Es passt alles rein, was ich benötige. Windeln, Feuchttücher, Trinken, Essen. Die Matratze in der Babywanne macht einen sehr komfortablen Eindruck. Mein Sohn lag immer sehr zufrieden in der Babywanne und ich hatte das Gefühl, dass es auch für ihn sehr gemütlich war. Was auch wirklich ein Pluspunkt ist, ist, dass sich die Liegefläche verstellen lässt. Denn mein Sohn war bis vor kurzem jetzt in der Übergangsphase von Babywanne zu Sportsitz. Das heißt, ich konnte die Liegefläche verstellen, so dass er schon ein bisschen den Ausblick hatte. Mittlerweile braucht er es aber schon, dass er auch im Sportsitz sitzen kann. Aber trotzdem war das für den Übergang optimal. Am Sportsitz gefällt mir außerdem sehr gut, dass ich die Fahrtrichtung ganz einfach wechseln kann. Durch das Easy-Click-System kann ich ihn ganz einfach anheben, umdrehen und den Sportsitz wieder reinklicken. Denn die Trefferquote ist da wirklich sehr gut. Ich kenne es auch anders, dass man wirklich da steht und nicht weiß, wie man jetzt, ob man getroffen hat, ist das jetzt richtig drin. Mittlerweile sitzt mein Sohn, wie gesagt, im Sportsitz und das tut er auch sehr gerne. Worauf ich da auf jeden Fall gerne eingehen möchte, ist, dass ich zunächst einmal skeptisch war, was den Gurt angeht. Denn man muss alle Einzelteile zusammenfügen. Da habe ich erst gedacht, das wird sehr anstrengend werden. Ist es aber gar nicht. Und vor allen Dingen, was dann aber das Gute daran ist, ist, dass wenn man ihn aufmacht, eben halt auch alle einzelnen Teile aufspringen und dass man ihn ganz einfach aus der Karre rausheben kann. Bei dem vorigen Modell, was ich hatte, war es eben halt nicht so einfach. Worauf ich auf jeden Fall eingehen möchte, ist das große Sonnenverdeck, dass man so und sowohl in der Babywanne als auch im Sportsitz optimal vor der Sonne schützt. Es hat auch noch ein extra Sichtfenster. Mein Fazit zu dem LifePlus, das modernes Aussehen auf viele gute Eigenschaften trifft und dass ich den Kinderwagen meinen Freundinnen auf jeden Fall empfehlen würde.